Hi Freunde, hier ist euer Gerhard. Ich bin heute wieder in Goch unterwegs, bei der Tauch in der Basis von Sam's Diving. Für mich persönlich der schönste Tauchplatz in ganz Nordrhein-Westfalen. Das Schöne an der Basis, ihr seht es ja auch hier, hier kann man direkt auch wunderschön direkt ins Wasser reinspringen. Das bietet sich natürlich an, wenn man nach seinem letzten Tauchgang die ganzen Sachen abgelegt hat, direkt einfach ins Wasser reinzuspringen, was ich heute auch wieder machen werde. Und ja, ich freue mich, heute endlich wieder ins Wasser zu kommen, um einfach wieder Gefühle zu haben, um mich im Grunde zu spüren. Ach, da habe ich jetzt schon Bock, wenn ich jetzt auch rein springe, aber ich bin auch nicht ganz fertig. Ich muss halt auch ein trockenes Tauchplatz anziehen, weil das Wasser noch ein klein bisschen kalt ist. Aber man sagt ja so schön, die Harten kommen in den Garten. Und ja, jetzt siehst du halt auch, eine schöne Umgebung hier gegenüber. Auf der anderen Seite vom See ist halt immer das Strandbad, der ich komme, was man immer schön sehen kann. Also, ist halt ein alter Steinbruchsee. Das liegt dann auch an den ganzen Welt schaffen noch gegenüber auf der anderen Seite vom See. Okay, ich finde es ja mega, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ja, und wie es heute unter Wasser sein wird, lasse ich euch natürlich auch gleich wissen. Also, viel Spaß und ja, wir sehen uns. 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 und ja, wir sehen uns.